Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Star-Code zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Hallö, Hallöchen, Lars ist rot, ich bin blau und damit einen wunderschönen Tag. Ich bin in Blauch eingeordnet worden, okay. Bist du auch in Blau? Ich bin auch in Blau drin. Damit einen wunderschönen Tag, willkommen wieder zurück in einer neuen Folge Arsenal mit Lars. Hallo! Was geht ab? Hallo Roman, na, wie geht's euch Leute? Geht es euch gut, Leute? Du bist in Rot, Lars, bist du nicht blau? Nein, ich bin hinter dir gewesen. Echt jetzt? Ich hab grad deinen Namen gesehen, als ich jemanden angezielt hab. Also, wir kriegen hier jedes Mal neue Waffen und werden heute wieder über ganz besondere neue Themen sprechen, wie zum Beispiel Lars seinen Fuß. Äh, wie geht es dir? Wie geht es deinem Fuß? Der hat mir sehr gut weh, weil ich nämlich immer zu enge Schuhe trage, weil ich Schuhegröße eine Million habe, deswegen. Lars hat wirklich, also, Leute, wisst ihr zufälligerweise, welche Schuhegröße Lars hat? Ja, das ist 50. Das ist erregt kein Mensch. 49. Da passt einfach ein Auto rein in diesen Schuh. Junge, da sind richtig viele grad. Alter, das ist voll schwierig. Wir haben alle gerade diese Laser-Waffe, weh? Ja, der ist so. Das Problem ist, diese Laser-Waffe ist richtig schnell leer. Oh mein Gott! Und da muss man voll langen Nachlagen. Ich hab grad nen No-Scope gemacht. Hast du? Ich glaub, nen No-Scope funktioniert hier sogar. Oh mein Gott, ich hab auch grad einen gemacht. Hä, der funktioniert sogar richtig gut, nen No-Scope. Ja, ist echt so. Oh mein Gott. Du warst mir übelst im Weg. Oh mein Gott, ich hab grad fünf Stück. Pass auf, da links von dir. Oh mein Gott, warte. Oh mein Gott, diese Sniper sind ja richtig nice. Oh mein Gott. Oha, wie viele Kills hast du denn jetzt schon bitte, Junge? Das ist krank, gell? Hast du's gemacht? Ich hab 17 einfach. Oh mein Gott, grad läuft's gut. Oh! Da hat schon einer Messer, man. Grad hatte ich nen Lauf. Was? Wer hat Messer? So'n Typ. Hä? Eigentlich muss ich Messer haben. So'n crazy Typ. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich bin... Einen einzigen Kit, jetzt hab ich einen. Oh mein Gott. Okay. Ich bin bei 21. 21 einfach, gell? Oh mein Gott. Okay. Alter, ich bin der Matchleader. Hey, ich hab'n Buch. Wir alle haben Bücher, gell? Oh mein Gott. So. Alter, dieses Feuerbuch ist so krass. Also, ich bin bei 24 jetzt. Ja, ja, ja. Junge, bei 24. Das ist gegen Übelst schnell. Du kannst übrigens, wenn du auf den Kopf zielst, sind die Magiesprüche auch stärker. Wusste ich gar nicht. Der hat mich einfach aufgelöst, der Typ. Oh, oh! Er hat eine goldene Waffe. Oh mein Gott. Oh! Was war das denn grade? Du musst ein bisschen nach unten zielen mit der Waffe. Ja, weil die hochschießt. Ja, weil die hochschießt. Genau, die schießt hoch. Deswegen musst du immer runterschießen mit der Waffe. Hä? Ich hab' den Typ runtergeschossen grad. Lol. Lön. Oh mein Gott. Oh! Ich bin bei 31 Kills. Ich hab' schon das Messer. Ich hab' schon die goldene Pistole, Mann. Boah, die Leute hier sind so gut, ey. Der Wahnsinn. Oh mein Gott. Ich muss hier mit dieser goldenen Pistole die Leute gerade treffen. Nein! Alter, die... Habt ihr grad Silvester-Raketen? Ja, ich hab' grad den. Ich krieg' gar keine anderen Waffen mehr. Ich muss jetzt mit dem Messer kämpfen. Ich muss hier gerade gegen einen kämpfen. Oh, ich hab' das goldene Messer. Oh mein Gott. Ich bin in der letzten Runde schon. Nein! Ah, da ist eine AFK! Yeah! Ja, toll. Gewonnen! Yeah! Aber das war krass. Du hast am Anfang einfach richtig viele schon abgeräumt. Ja. Ich hab' richtig, richtig viele gehabt am Anfang. Alter! Es ging schon richtig fix, muss ich sagen, du. Also, es ging ja richtig gut so. Noch eine Runde. Und da reden wir über Lars, seine weiteren Fußprobleme. Lass' mal Flugzeug spielen. Ja. Und lass' mal... Äh... Jeder gegen jeden. Ja. Finde ich auch besser. Jeder gegen jeden ist, glaub' ich, so das Beste. Da kannst du so richtig alles raushauen, was du so richtig drauf hast. Was hast du drauf? Was hast du drauf? Yeah. Hey, was kannst du nicht einsetzen? Ah, jetzt. So, jetzt kann... Ah, die Karte ist auch richtig gut. Oh mein Gott. Jetzt geht's richtig los. Okay, Lars. Bist du bereit oder was? Ja, ja. Ich bin ready to go. Oh. Man muss sich immer so ein bisschen... Oh mein Gott, dieser Nature-Gamer. Mich hat so ein Tod... Irgendwie... Irgendwas mit Mama oder sowas. Hat mich grad gekillt. Warte. Jawohl, den hab' ich noch gekriegt, diesen... Hä?! Oh mein Gott, Lars. Ich glaub' einer ist am hacken. Der hat mich grad wirklich durch die Wand geholt. Oder er hat einen Raketenwerfer, eins von beiden. Alter, ich krieg' grad niemanden. Ich hab' grad... Der Raketenwerfer ist halt übelst schwer zu schießen. Ab. Okay, ich hab' jetzt einen. Nein. Okay. Du blöder Sack. Da spielt einer. Einfach nur ein Ninja. Was soll dat denn? Es gibt... Oh. Ist gestorben. Oh. Alter, hier sind manche Leute richtig gut. Das ist immer so intens, wenn man Dings... Jawohl. Okay. Chill out. Oh mein Gott. Ich hab' den einen grad richtig gut geholt. Oh. Übrigens. Der Grund, warum wir diese Folgen hier aufnehmen, ist, weil ihr euch das so richtig gewünscht habt. Euch hat das... Den Leuten gefällt das so richtig, dieses Spiel hier. Arsenal. Und uns gefällt das auch zum Aufnehmen. Das ist wie ich meine. Aber es gefällt uns eigentlich nur, wenn wir so gut sind. Jetzt gerade ist es nicht so. Ich hab' nur Sniper an der Hand. Die hat einfach so ein Fadenkreuz schon. Und dann muss ich mal zielen. Es ist so schwer. Die Doppelläufige ist eklig. Hä?! Alter. Manche Leute... Also... Gerade hab' ich echt meine Probleme, muss ich sagen. Alter. Hat mich grad' lange gebraucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Alter. Das ist komisch in diesem Spiel. Hä?! Manchmal wird man einfach von hinten von irgendwelchen Leuten getroffen, gell? Oh mein Gott. Hä? Was macht der denn da? Hä? Hä? Da stand grad einer einfach gegen die Wand. Oh mein Gott. Hä? Boah Junge. Drei Leben. Du hattest noch drei Leben. Ich hab grad voll die komische Waffe bekommen. Das ist so ne Waffe, die so weiße Kugeln schießt. Oh mein Gott. Jetzt hab' ich ne Minigun bekommen. Die Minigun ist richtig schwer, weil die muss immer aufladen. Ah! Alter, manche Leute sind so gut, gell? Man versteht manchmal nicht, was die für Waffen haben. Das ist echt so. Okay. Ah! Mist! Ich hätt' gern' mal eine Runde. Ich würd' gern' mal nicht... Ich würd' gern' mal versuchen, eine Runde zu machen, komplett ohne zu sterben. Und alles gewinnen, weißt du? Schaffst du niemals. Naja, wenn du so ne richtig schlechte Runde erwischst, so mit richtig schlechten Spielern, so dass du wirklich so 100 Millionen Kills machst und null... Oh mein Gott. Junge, Pfeil und Bogen, Alter. Was ist das? Oh, Junge. Es ist unfair, wenn du so Pfeil und Bogen hast und dann kommt einer mit einer Gun auf dich zuglaufen. Aber Pfeil und Bogen ist eigentlich nicht schlecht. Damit kannst du eigentlich gut treffen. Du musst halt zielen. Bei manchen Waffen, Alter... Also Pistole gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Doppelpistole find' ich sogar noch schlimmer. Mit Doppelpistole kann ich gar nichts anfangen, ist es so. Alter, Lars, du bist sogar vor mir! Das ist der Grund, warum Lars immer so wenig redet. Die Leute sagen auch immer so, hä, warum redet Lars eigentlich immer so wenig? Ja, ja, die Leute haben gar nichts gesagt. Ich lese seine Kommentare. Die Leute haben gesagt, hä, redet Lars eigentlich immer so wenig? Oder schwitzt er gerade einfach nur so sehr, dass er sich gerade... damit beschäftigt sich abzutropfen. Schnauze. Lass halt immer so ein Tuch für sich, weißt du? Um seine Stirn so die ganze Zeit so ein bisschen trocken zu machen. Ja, safe. Warte. Woll. Okay. Jawollo. Okay. Bei mir ist auch alles easy gerade. Ich habe Revolver. Hat es... Oh mein Gott! Dieser Revolver ist so kacke! Hast du den Revolver auch? Ah, wir haben beide den Revolver. Junge, noch einen! Hätte ich gebraucht! Noch einen! Okay. Ich habe schon die Tech... Ja, guck du dummer Sack! Lass den Spiel den mal persönlich. Komm schon, komm schon, Junge! Ich finde den nicht! Ich finde keinen! Ich finde keinen! Hey! Manchmal ist das so unfair. Irgendwie trifft man die Leute voll gut und dann ist immer so kurz davor, weißt du? Oh mein Gott! Was passiert denn hier? Toll. Oh mein Gott! Diese Waffe, die ich habe. Ach, Mann! Das ist die, die man so lange stopfen muss. Oh mein Gott! Diese Waffe, die ich habe, die ist schlimm! Das ist diese eine, die man so lange stopfen muss. Kennst du die? Ja. Oh mein Gott! Nice! Nice! Ohhhh Lars! Du hast richtig nachgelassen. Bei welcher Waffe hängst du? Bist du bei der Tech? Nein. Bei dieser einen. Och, Junge, jetzt aber langsam. Ey, wirklich. Ich häng richtig nach gerade. Toll. Einmal gut gewesen. Nein, nein, nein. Dieser eine, der ist richtig gut, ey. Der tut mich nicht richtig oft, aber der ist voll nicht weit oben. Oh, ich hab schon die goldene Pistole, Lars. Oh, und ich hab das goldene Messer. Iihihi. Iihihi. Oh, Lars. Oh, Junge. Ich ragequitte gleich. Ich bin nicht aggressiv. Nein. Nein, ich hätt ihn holen können. Ich bin so schlecht. So, den da hole ich aber. Ja. Juhu. Juhu. Alter, da ist einer richtig gefährlich nahe gekommen, ne? Schon wieder Platz 3. Wollen wir noch eine Runde? Komm, eine Runde geht noch, oder? Eine geht noch. Die geht noch. Die geht noch. Wem redest du? Mit dir. Lass mal Dings spielen. Angriff. Oder Villa. Villa. Ja, ich bin jetzt schon Dings. Was hast du genommen? Äh, äh, äh. Ich nehm Angriff. Und dann Erschütterungswahnsinn. Hey, lass mal Erschütterungswahnsinn spielen. Das ist richtig cool. Oh nein, aber ich glaub, wir spielen Standard. Oh, die hatten wir noch nicht. Komm rein, Lars. Was für ein Team gehst du? Grün. Ich bin grün gegangen. Oh, lol. Ich bin auch grün. Echt? Ja. Das ist nicht schlimm. Wenn wir hier Standard ein bisschen spielen. Standard. Oh mein Gott. Okay. Okay. Bist du blau gewechselt? Nee. Hä, es gibt vier Teams. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt rot, gelb, blau, grün. Alle. Oh mein Gott. Da ist ein roter Fuchs mit dabei. Pink Camouflage kariert. Gibt's auch noch. Wir haben neue Gegner. Ich bin grün. Alter. Ein. Und der hat mich abgeschossen, weißt du. Team Gelb. Du bist von der Seite. Du schießt von der Seite ab. Und der trifft ganz einfach mich. Okay. Okay. Okay, ich bin ganz gut dabei. Nein. 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 Alter, der eine hatte gerade einen Tennisschläger. Last Camps. Last Camp gerade einfach. Ja, ich treffe hier oben. Mama. Netter Typ. Netter Typ. Ich muss sagen, solche Games bringen mich immer richtig auf Dings. Oh mein Gott. Junge, wo kam der? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so schwierig manchmal. Okay. Okay. Nice. Ich habe jetzt Crossbow. Okay. Okay. Alles gut. Oh mein Gott. Die Leute sind so gut. Welcher Platz bist du, Lars? Und warum redest du wieder so wenig? Samurai-Schwert hat da einer. Es gibt hier kein welcher Platz bist du. Doch. Bist du. Nein, gibt's nicht. Doch. Klar. Wir dings. Nein. Du musst mal oben gucken. Wir sind in einem Team, du Idiot. Der, der die meisten Kills hat, ist immer Platz 1. Hehehe. Ihehe. Okay. Oh mein Gott. Ich muss mich gerade richtig anstrengen. Dieser Nature Game ist so gut, Alter. Nature Game! Ja, der ist echt nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Nature Game. Toll. Und zack. Und zack. Das ist so viel Action hier. Man hat gar keine einzige Sekunde, um sich irgendwie kurz zu dingsen. Ja, hier sind halt richtig viele Leute. Oh mein Gott. Nein! Oh Mist. Da hat mich gerade einer richtig abgeholt mit dem Taxi, aber so. Hallo? Brauchen Sie ein Taxi? Ja! Da hat er mich mitgenommen, Alter. Ich will nicht einsteigen. Ich will nicht einsteigen bei jedem Taxi. Denkt dran, Leute. Steigt nicht bei Leuten ein ins Taxi. Wenn ihr dieses Spiel spielt. Ansonsten schon. Nein, macht Spaß. Also hier ist gerade das gelbe Haus. Was? Alter, dieser Nature Gaming ist wirklich nicht schlecht, ne? Also jetzt gerade, muss ich sagen, bin ich gerade ein bisschen am strugeln. So. Ich habe den mir in den Bein geschießt. Schießen? Hä? Ich schwöre dir, Lars. Ich bin gerade einfach gar nicht gut. Junge! Ich enttäusche die Zuschauer. Ich mache gerade den Lars. Ja, ist lustig. Mach den Lars, Lars. Mach den Lars. Oh mein Gott. Ich habe einen Revolver, den ich aufladen muss. Dieser Revolver ist richtig schlimm, Lars. Weiß. Oh man, ich hasse das. Oh mein Gott, endlich. Nein! Ich habe die goldene Waffe als nächstes. Ich kann das Ding holen. Ich habe die goldene Waffe als nächstes. Jetzt. Zack. Mist. Junge, wo kam der Herr? Okay, jetzt. Gewonnen. Ja, easy. Schön. Gut. Damit dann immer es. Meine werten Damen und Herren. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Einenfalls ja, das ist ein Daumen nach oben da. Das war wieder mal unsere schöne Runde mit Lars und Roman. Ballern. Ja, wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüssikowski. Ade. Ciao, ciao. Ade. Bis auf ein immer wiedersehen. Haha.